hallo und herzlich willkommen bei der nächsten folge von polybridge ich habe jetzt hier ein 16 meter overpass ok was habe ich denn hier zur verfügung straßen und endlich straßen nun endlich straßen einfach nur rüber mit 4000 ach warte mal mal mein clip wieder rein das blieb lasse ich auch 150 das ist glaube ich passend so jetzt aber auch hier wo ich einfach nur endlich bin ich kann ja auch nur rüber so einfach so voll easy um drüber da könnte ich auch hier um die erwarte springen dass dann aber das holz straße ich wollte holz 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 auf holz die brücke wird richtig sexy dann machen wir hier so in der mitte einreihen so so zwei maler autos die biegen ja nicht ganz so viel da kann ich euch hier so so kleben obwohl eigentlich müsste hier oben noch etwas weitermachen so so nice nice das verlegt ja der lüschner der passt doch gleich zumindest das ist doch das ausfall ne 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 gemacht wo die wo die wo die schwere auto solche so brücke bin ich expert für aber für sprünge habe ich keine ahnung nein wir sind beide hoch von bald gleichzeitig los ja das ist ja nicht ganz so tragisch so nehmen wir mal einen stahl träger da haben wir ja auch was von Oh, ne, da geht's nur da hin. Ah. What? Ah. Okay. So. So. Was haben wir noch alles schönes hier? Was hab ich gelöscht? Ah, schon wieder. Ich hab den Ruckel wieder reingehauen. So. Mensch, ohne Grip ist irgendwie besser. Ich kann ein bisschen besser ziehen. Sieht alles viel schöner aus. Oh. Dann müssen wir auch den Busch schaffen, oder? Wofür hab ich denn so Traurig? Haben doch gar kein Boot. Hm. Keine Ahnung. Eine könnte ich gebrauchen. Die hab ich auch nicht. Na dann. Und warte auf. Tch, 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 tch. 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 So, jetzt machen wir den Crip auf. Nee. Nee. Okay, jetzt sind wir doch auf die Strecke. Nee. Okay, dann haben wir die da auch. Naja, die in der Nacht. Wollen wir den hier so ein bisschen runterfahren lassen? Oh, kann ich den verbinden? Und, 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 und. Ach, den auch. Wusste ich doch. Guck mal jetzt, oh. Jetzt können wir den auch noch verbinden. Schön. Stabil? Okidoki. Ey, das war doch viel zu leicht. Na dann. Ok, jetzt. B nach B, A nach A? Also A fährt bestimmt zuerst los. Hm. Das ist jetzt richtig übel. Tut, 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 tut. Tut, tut. Aber cool. Hm. Hm. Das geht glaube ich nicht so richtig. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe eine Idee. Okay. Oh, kribbel Abend. So. Ich mache da eine Spruchschatze aus. Als. Ich gehe auf. Ich mache das jetzt. Ich gebe das. Das ist kein schönes. Keine. Das ist schönes. Ich nehme das. Ich nehme das. Das ist schönes. Ich nehme das, ich nehme das. Das ist echt nicht so richtig. so ganz konzentriert ich musste ganz genauer arbeiten Och Menno Och ne schon wieder nett jetzt aber Sexy Okay Wieviel habe ich noch eigentlich 28.000 Ja das ist schön Och guck mal was wir hier alles verbinden können Ach der sollte auch gar nicht hin So wollte ich das haben Guck mal hier Da nochmal so ein Spinnnetz rein Bam 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 Und die sieht doch cool aus Ich hoffe der bricht dadurch Nein So jetzt aber Hina aber Spring Lang Knie da nicht Erst so langsam Das geht nicht So vielleicht Okay Der kommt gut drüber Und der Das wollte ich eigentlich da vorne haben Hm Vielleicht sollte ich nochmal eine Straße benutzen Eine Railroad Und nochmal so ein Holz Und nochmal so ein Holz Habe ich hier vielleicht Pneumatik Habe ich auch Was passiert wenn ich Pneumatik da so Habe ich immer noch ein So Pneumatik Da reinsetzen Wann wird die betätigt? Nach den ersten? Okay Dann kann man auch was mitmachen Das ist die Terminator Pneumatik Kennt ihr die? Ist doch stört alles Nee Nicht ganz Ich glaube der ist gebrochen Wollt ihr da nehmen? Wat? Rief durch die Straße Durch die Straße Das geht doch gar nicht Aber Schon mal nice Grip aus Zack Alles gerade wie Der zieht zu doll Der darf nicht zu doll ziehen So So Oh Falsche Richtung Stop it Stop it 50 Bei 150 Bei 150 Bei 150 zieht das Expanto 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 Ich muss glaube ich auf 100 gehen Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Unten zieht Von der passt hier gar nichts Ja Ich nehme auch einfach den hier Das müsste doch jetzt richtig nice sein Was ... ... ... ... ... Aber das ist doch schon mal so schlecht. Ja, fahr weiter, fahr doch weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Der fährt einfach nicht weiter. Dann mach ich mal hier so was rein. Geht da keine Straße? Road, 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 road. Trip off? Okay. Komisch, komisch, komisch. So, jetzt sauber. Ja, ich sag mal, danke, dass ihr zugeschaut habt, wie hier so ein Meister am Brückenbau ist. Naja, Meister vielleicht nicht, aber es war schon gut. Es hat mir Spaß gemacht. Also, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ich hoffe ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Poli Bridge, the next round. Bye-bye.